Ach, nö Okay, das ist sehr effektiv Ich habe dich zurückfallen zu lassen, Biatch. Mit demnächst trifft man das nicht. Okay, also... Ich nehme jetzt Vollgas. Und jetzt, und jetzt, und jetzt. Von wo kommt's? Von wo kommt's? Das erste Hilfespray nehmen. Das wir nicht nehmen können. War ja klar. War ja klar. Hör doch mal auf, ey! Ohne Spaß, das ist behindert. Nur weil ich keinen Hentai mag hier, wollen wir noch nicht gleich so schlampig werden. Und jetzt, und jetzt. Da kommen die fetten Tentakel wieder. Okay, eins, werde ich Shiver befehlen. Das hier befehle ich Shiver. Hallo? Geh ran, da! Hör mal, ran, da! An die... An den Mann da! Was war das jetzt? Was kommt jetzt? Ich guck mal, wie der mich verfolgt, wie der mich getriggert hat, ja? Okay, das Ding hier befehle ich wieder Shiver. Die kann wir nächstens schießen, die hat nämlich Auto-Aim. Ja, kommt schon. Ist die kaputt schon? Ähm, jo. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Randa! Randa! Und ich benutze erstmal das fucking da. Weil man ja nie weiß, ne? Ach, es geht unter, das heißt? Jetzt wieder ran. Randa, 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 randa. Ach, hier, an die Arme, an die Arme, an die Arme. Ah! Knappe Kacke. Und jetzt und jetzt. Wieder hier. Ja! Gott sei Dank! Geht doch! Tja, Pech, ne? Hallo Irving. Ich hab dich. Ich hab dich. Ja, das ist gut. Ich bin nicht gut. Ich hab dich. Ich hab dich. Wo ist diese Beziehung? Antwort mir. Wo ist der Ouroboros? Mama, du sagst ja. Wow, du hast auf jeden Fall, nicht wahr? Die Bounden der Welt ist verändern und du bist komplett obliegen von ihm. Was veränderst du? Was sagst du? Ist das das Uroboros-Projekt? Ist das das? Keine Ahnung kann es stoppen. Uroboros wird alles verändern, was wir noch nicht wissen können. Chris! Chris. Es ist your Chris. Was ist so lustig? Wie wissen Sie von mir? All your answers are the way to head, Chris. In that cave. If you can survive long enough to get them. Diane's not so bad, but it's not gonna change anything. You're still screwed. We've been time here. Chris. Poor bastard. Now what? We keep going. Huh. Uhrzeit checken? Okay. Huh. Hey. Ah. Fuck yeah. Reg... 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 Ergebensdat werden gesendet. An wen denn? Kaufen. Ne... Ne neue Schrotze. Eine neue Schrotze. Ich würd sagen... Noch mehr? Einen Raketenwerfer. Ist ein bisschen teuer, aber... Wow. Nice. So, jetzt verwalten wir das eben. Pass auf die Schrotze. Die... Geben wir einfach... Shiver. Perfekt. Das Ding... Kriegen wir... Da. Ähm... Da hin. Und die... Verkaufen wir die? Ne. Die geben wir auch Shiver. Wartet mal. So. Das... Geben. Perfekt. Damit Shiver auch ein bisschen was hat. Eine neue Schrotze. Das find ich nice. So. Dann spüren wir noch mal ein bisschen weiter, ne? Ah, da ist die Höhle. Tolle Höhle. Mit einem Licht. Ganz vorne. Am Ende des Tunnels. Wo war der Sack eigentlich die ganze Zeit, hä? Hätte er uns nicht helfen können? So, this is the place he was talking about. That's the boat the woman used to get away. So, you two are really going to go through with this. Yes. This is not just about Jill. But the Uroboros project as well. Uroboros. Wie die das sagt. Ich will call HQ and try to get the withdraw order resented. Ich will also try to get you back up. Try not to get yourself killed. Pass auf uns auf. Man, ist jetzt zu dritt, war es besser. Jetzt fährt er irgendwo gegen den Stein. Okay, speichern. Kapitel 4, 1. Die Höhle. Ja, ist mal check. Have you heard of it before? That's the name of the director of Tri-South African Division. Do you think she could be connected to Irving? It's possible. But I don't have any proof. Tri-South. There is a connection. What does that mean for Africa? Not sure. But if we keep going, we're bound to come down. True. Let's move. Natürlich. Stop. Stop. Schiefern wir natürlich wieder den ganzen geilen Scherz ab. Oh nice. Das sind hier Leute. Ist das ein menschlicher Bus? Yep. Geil. Oh. Okay. Huh. Wait, what? Ah. Ich helfe dir. V, 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 V. Das ist V. Ja, ein P, Bro. Bro. Mal gucken, wie die neue Schotty ist. Okay, das wird jetzt wahrscheinlich ein neuer Durchschnittsgegner. Maschinengewehr-Monnie. Hätte ich trotzdem gern. Hm. Hm. Da. Haben wir noch irgendwo was zum Nachladen? Da. Hm. Pass auf. So. Nachladen. Und dann können wir die auch schon nehmen. Weißt du was? Ich werde jetzt was machen, was ich eigentlich schon die ganze Zeit machen wollte. Ein Ei essen. Nein. Warum isst Shiva das nicht? Mann. Tach. Oh, doch. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Mein Schatz. Mein Schatz. Mein Schatz. Tophast. Trilliant. Hier war doch was, was ich nicht aufnehmen konnte. Egal. Tach. Ihr geht mir ganz schön auf den Sack. Wisst ihr das? Schrotmonie. 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 Das ging dann auch schon mal. Hi. Hier haben wir Maschinengewehr-Munition. Die wir wieder mal nicht einsammeln können. Mann! Das müssen wir noch ein bisschen optimieren, glaube ich, das Ding. Also die Schotty, die wir jetzt haben. Noch mehr Schrot-Munition. Das wollte ich genau. Lass mich raten, hier kommt gleich wieder jemand. Das ist nur so ein paar Spinnis. Aber die sind doch auch süß. Ja, hallo. Ja, hallo. Wer seid ihr denn? Wer seid ihr denn? Ja, wer bist du denn? Verreckt. Bitches. Oh, da funkelt ganz viel. Da funkelt ganz viel. Ah! Nicht nachladen. Hilfe! Nur weil ich gierig bin? Nimm doch. Da muss ich das erst losmachen. Ah, perfekt. Hier haben wir einen Rubin. Und da hat auch noch irgendwas geglitzert. Ja, perfekt. Hier haben wir unser 4. Hat noch was geglitzert? Umschauen. Nope. Schrot-Gefärmung. Ja. Cool. Nice. Nice. Klopf, klopf. Wer ist denn da? Der Ladevorgang. Oh. Schöne Stadt. Mit ganz vielen Vasen. Äh. Und da glitzert schon was. Das sehe ich jetzt schon. Oh mein Gott. Lass mich raten, das müssen wir irgendwie kaputt machen, damit alles wieder... Ja, es geht immer nur ums Kaputtmachen. Das weiß ich. Ich... Oh. Ich wusste nie, dass ein Ort so ein Ort existiert hier. Es sieht, dass es ein paar recenter Aktivität gibt.